So, mittlerweile spielt Dota, es ist dunkel geworden. Gleich ist Suki an der Reihe. Die sitzt da vorne und ist fleißig am Häkeln. Wir können mal hingehen und gucken, was sie da so häkelt. Hallo! Hallöchen! Was machst du denn hier Schönes? Ich sorge dafür, dass meine Seepferdchen eine Rückenflosse haben. Andernfalls können sie nämlich nicht schwimmen. Okay. So ist es. Ich hätte nochmal eine Frage. Und zwar, wenn es eine Sache geben würde, die du an Deutschland verändern könntest, was wäre das? Deutschland. Okay, das sagt alles, würde ich sagen. Gut, ja, danke. Das war's. Dann herzlichen Dank für die sehr gewitzte Frage, die mir natürlich ein leichtes war, weil die Antwort natürlich auf der Hand liegt. Aber dennoch, wurde ich so noch nie gefragt. Finde ich schön. Mag ich. Okay. Danke. Bis später.